Wo wir angekommen sind, sind zuerst einmal zwei Tage in Wemdalen mit Michi zusammen, haben wir super trainiert, gut vorbereitet und dann bin ich daher gestoßen. Gestern ein Teambewerb, wie du schon angesprochen hast, die Medaille. Ich war stolz, dass ich dabei war beim Team. Nichtsdestotrotz habe ich nicht aktiv daran teilnehmen können, aber ja, da drei zum Team gehören, war ich froh, dass ich Teil davon war. Die tollen Momente, was gestern passiert, sind natürlich aufgesaugt und bin jetzt froh, dass ich noch am Sonntag aktiv teilnehmen kann und werde mich dementsprechend die nächsten drei Tage noch darauf vorbereiten, mich auf den Schnee einstellen. Da gibt es sicher einiges zu tun, aber es hat jeder das gleiche Problem. Also von dem her, ja, bereit sein am Sonntag. Der Schnee hat sicher gewechselt durch die Temperaturen, aber es geht jedem gleich, wie wir am Sonntag dementsprechend alles bereit haben mit meinem Service. Man wird die nächsten drei Tage mich auf das einstellen und nachher, ja, es geht jedem gleich am Sonntag. Boah, sehr wichtig. Also es war sicher, klar, hätten wir natürlich früher damit gerechnet, aber lieber später als nie. Von dem her bin ich froh, dass ich am Sonntag das erste Mal bei der Startnummerauslösung dabei bin und ja, freue mich noch an, dass ich am Sonntag unter den 15 starten kann. Kann sein. Also ich hoffe mal, wie alle anderen fahren am Sonntag auf eine kalte Nacht, von Samstag auf Sonntag, dass das Ganze ein bisschen leisiger wird oder härter wird, dass die höheren Nummern oder höheren Nummern, wenn man im Top 15 startet, ist man Anwärter für, ja, ich sage einmal für eine Medaille. Das ist das Einzige, was zählt am Sonntag. Und ja, ich will auf jeden Fall bereit sein und freue mich, am Sonntag endlich aktiv teilzunehmen. Boah, wir sind alle fünf in den 15. Von dem her ist sicher jeder Österreicher fähig, auf das Podest zu fahren, beziehungsweise um Medaillen zu fahren. Der Siegeanwärter wird sicher der Marcel sein und womöglich der Clement, aber wir sind alle gut drauf und ich für mich selber werde mich darauf vorbereiten, dass ich sehr konkurrenzfähig bin am Sonntag, womöglich um Medaille mitfahren kann.